Neulich hat mir einer bei Myspace geschrieben, dass er mich früher besser fand als jetzt und dann habe ich geschrieben, schade, ich finde dich jetzt besser als früher. Deine Turnschuhe von Converse, auch Sharks genannt, sind mit Fußschweiß getränkt und sie leuchten in der Sonne am Strand, wie ein Geburtstagsgeschenk. Du bist immer kurz vorm Weinen, du bist immer depressiv und du hörst den ganzen Tag nur traurige Musik. Halt die Fresse, Kriegenkind, oder werd doch Missionar, meinetwegen Christin, Baby, was ist denn, komm mal endlich klar. Deine selbstgeschriebenen Gedichte, die sind gar nicht mal so übel. Sagt der unbekanische Songwriter nach der Show Backstage zu dir und dann habt ihr gebügelt. Du warst traurig, denn er hat sich nicht gemeldet, dabei hat er's doch versprochen. Jetzt guckst du stündlich in dein E-Mail-Postfach und das schon seit Wochen. Oh Mann, ey. Halt die Fresse, Kriegenkind, oder werd doch Missionar. Such dir andere Ziele, gründe ne Familie, und komm mal endlich klar. Oh, ey, die Fresse, Kriegenkind, und werd doch endlich Christin. Baby, was ist denn, komm mal endlich klar, das ist ja wohl nicht wahr. Ja, ich improvisiere jetzt noch ein bisschen rum gerade. Ich hab ja noch was im Mund. Ich hab auch noch was im Mund. Ja, von gestern noch. Ne Wolldecke.